Hallo, hier ist MovieSeeker und ich habe schon wieder einen Livestream-Ankündigung am Start. Am kommenden Samstag, den 27.02. um 20 Uhr wieder auf dem Kanal von Moviloo. Die letzten Livestreams dort haben so viel Spaß gemacht, dass ich auch diesmal nicht Nein sagen konnte, zumal es um das Thema 80er und 90er Jahre geht. Das hängt ja nicht nur mit Nostalgie zusammen, sondern auch mit Filmen, die sich in diese Ära reingebrannt haben und in unsere Köpfe und Erinnerungen. Und ich glaube, da könnte es sehr viele interessante Themen am Start geben. Ich freue mich darauf, denn sowohl auf dem Bildschirm als auch in den Kommentaren waren so viele coole Leute am Start und da gab es so viele interessante Anregungen, dass ich mich sehr auf diesen Samstag freue und euch, meine Zuschauer, wieder einmal gern dazu einladen möchte, dass wir uns dort vielleicht sehen. Das wäre toll und ich freue mich auf Samstag. Bis dahin, keep seeking!